Ich hoffe, jetzt hört man mich. Willkommen zu unserem Mass Effect Playthrough. Ich habe heute Wyrer zu Gast. Allerdings ist sie ein bisschen zeitverzögert durch den Stream. Wundert euch also nicht, wenn ihre Antworten manchmal erst so vier Sekunden später kommen. Vier bis fünf Sekunden sind es meistens. Und zwar ziemlich genau vier Sekunden. Ah, wir haben mitgezählt. Wenn wir das jetzt richtig timen und gut berechnen, dann klingt das fast so, als würden wir uns live unterhalten. Ich habe im Moment noch Probleme mit der... Ah, jetzt kommt was. Siehst du mich? Ich sehe deinen Kara 360. Okay. Ich habe die Auflösung rigoros runtergeschraubt zugunsten der Flüssigkeit. Ich warte, bis meine Internetleitung etwas schneller wird. Soll sie angeblich noch Mitte April... Also, mal gucken. Wir haben Mitte April. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich habe ja Vorerklärung genug ins Forum geschrieben und in Blogpost. Und kommentieren am besten auf Twitter. AdConNerdGirls. Wyrer überwacht das so ein bisschen? So wie die Technik hier jetzt gerade mitspielt. Wenn sie gar nicht mitspielen, schreit. Irgendwas. Ist mir egal. So. Ich sehe da einen Kara. Ich sehe den Startbildschirm. Jetzt muss ich nur noch mal gucken. Jetzt schalte ich hier mal die Lautstärke aus. Hör ich dich? Ja. Ich hoffe, du hörst mich noch. Ja, ich rede auch gerade nicht, weil du redest. Ich hör nichts. Scheiße. Ich hör im Moment nur über Skype selber. Hört mich irgendjemand anders? Also, eine kurze Rückmeldung. Wenn jetzt bisher jemand... Das bringt ja gar nichts, wenn ich was sage. Mach du das doch mal. Also, wir haben im Moment noch so ein paar technische Probleme. Falls irgendjemand Anna jetzt hört und sieht, bitte kurz Meldung auf Twitter. Wenn ich jetzt die ganze Zeit schweige bringe, das ist natürlich auch nichts. Dann... Ich rede mal weiter vor mich hin. Ah ja, jetzt habe ich... Jetzt habe ich was. Oh, okay. Also, ich habe da einen Startbildschirm. Ein neuer Tweet. Ich höre euch beide und sehe was, sagt Uri. Wunderbar. Dankeschön. Dann geht's ja. Gut. Dann können wir loslegen, oder? Ich versuche nicht, in die Cutscenes zu quatschen, damit ihr mitkriegt, was passiert, sonst wäre das Ganze relativ witzlos. Aber ihr dürft mich dann gerne zwischendurch reden hören. Useless. Das ist gut. Gut. Das ist jetzt ganz der Anfang, oder? Ja. Das ist das, was Shepard warnt uns über? Ich habe mein Leben auf es. Wie lange haben wir es? Nicht lange. Ich habe gesagt, die Flügel zu mobilisieren. Gott helpt uns alle. Olin sagt gerade auf Twitter, wie lese ich denn, was andere euch schreiben? Einfach adconnerdgirls suchen zum Beispiel oder sie kann sich auch in unseren Account anloggen. Oder ihr denkt euch ein Hashtag aus. Olin sagt, die Bildqualität ist super. Okidoki. Wie soll ich das? Wie soll ich dich? Ich muss dich nicht sagen. Ich muss dich nicht sagen. Wir müssen gehen. Die Kommissionen will dich sehen. Das ist wichtig. Was ist passiert? Ich kann nicht sagen. Ich habe nur gesagt, sie haben dich geholfen. Jetzt. Die Reifers? Was könnte das noch sein? Wenn ich das weiß... Das sind die Reapers. Und wir sind nicht bereit für sie, nicht mit einem langen Schuss. Das sagten Sie auf die Defense Kommitee. Unless wir planen um die Reapers zu reden, die Kommitee ist eine Waste von Zeit. Sie sind nur Angst. Niemand von ihnen hat gesehen, was du gesehen hast. Du hast es gehalten. Hell, du sprachst mit einem. Das hat das verdammt. Du hast gesehen, wie sie uns zerstört haben. Was sie planen für uns zu tun. Du wirst mehr über diesen Enem als jemanden wissen. Das ist das, dass sie mich zerstört haben. Ich weiß, dass das nicht wahr ist. Wenn du auf die Vatarian Relay hast, hunderts und tausende Vatarians die. Es war das, oder die Reapers zu gehen? Ich weiß das, Shepard. Und so ist die Kommitee. Wenn es nicht für das war, du warst und verletzten die Kommitee. Das ist ein gutes Wort. Ja, ich glaube, Shepard. Und so ist die Kommitee. Ich bin nur ein Soldat, Anderson. Ich bin kein Politiker. Ich brauche dich nicht zu sein. Ich brauche dich nur was es braucht, um uns zu stoppen die Reapers zu stoppen. Sie wollen dich auch, Admiral. Wie läuft die Aufmerksamkeit. Und wenn es nicht aufmerksam ist. Und da ist ihren 달�апart. Das war, Admiral. Das war ich. Er hat sich dann mit dem Verkaufeln. Und dann kannst du bei mir weg gehen. Nein. Ich bin ein bisschen aus der Lübe diese Tage. Entschuldigung, Frau. Ich wollte dich nicht aus der Lübe halten. Und das werde ich auch meistens beibehalten, wenn es nicht gerade irgendwie um besonders nette Menschen geht. Und es ist meistens die untere Option. Ich bin der Lübe. Admiral Anderson. Shepard. Was ist die Situation? Wir hatten, dass Sie uns sagen würden. Die Folgen kommen in sind ähnlich wie alles, was wir gesehen haben. Die Kolonien haben Dark verloren. Wir verloren mit alles außerhalb der Sol Relay. Whatever das ist. Es ist unverlässlich kraftvoll. Du hast mich hier gebracht, um was Sie bereits wissen. Die Reapers sind hier. Dann, wie können wir sie verraten? Sie verraten. Das ist nicht um Strategie oder Taktik. Das ist um Survival. Die Reapers sind größer als wir, stärker, stärker und intelligenter. Sie sind nicht uns. Und sie werden niemals auf uns verraten. Aber... Sie müssen irgendein Weg sein. Wir müssen uns alle bereitstellen, um die Menschheit zu sterben. Alles weniger, und sie haben bereits gewonnen. Das ist es? Das ist unser Plan? Admirals, wir verloren haben mit der Lunar Base. Die Moon? Sie können nicht so weit sein. Sie müssen uns über unsere Gefängnis verraten. Herr, die UK-Headquarters hat ein Bild. Bundeskanzierer. Why haven't we heard from Admiral Hackett? What do we do? The only thing we can. We fight or we die. We should get to the Normandy. Oh my God. No! No, no, no! 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 Wieso hast du so viele Punkte zu verteilen? Weil der Charakter jetzt schon auf Level 35 ist. Von den vorherigen beiden Spielen. Ich habe von 1 bis in 2 und jetzt in 3 importiert. Aber die Gegner werden mit gescaled. Also es wird nicht sonderlich viel einfacher. Du kannst halt einfach nur mehr machen. Ah, ja. Hhhhhh. Urin sagt, wie steigern? Für was? Das wäre jetzt ein Punkt, wo sie keine Ahnung von hätte. Das hatte ich am Anfang auch nicht. Der Vorteil ist, dass ich das Spiel jetzt schon zigmal gespielt habe. Und auch diese Klasse schon mal gespielt habe. Also im Endeffekt weiß, was ich steigern muss. Aber das Ziel ist eigentlich, alles so hoch wie möglich zu bekommen. Und das ist gerade, wenn man mit einem importierten Charakter spielt, auch relativ gut möglich. Du kriegst eigentlich genug Level und Punkte, dass du eigentlich alles maximieren kannst. Ich hatte am Ende sogar Punkte übrig. Fitness ist immer gut. Das heißt, weniger schnell sterben. Wenn man jetzt mit einem komplett neuen Kara anfangen würde, wäre alles auf Null oder was? Ja. Aber die Gegner dementsprechend auch einfacher. Das Menü ist ein bisschen umständlich und das Leveln ist auch umständlich. Es ist komplett konsolig. Das sieht man vielleicht. Dann kann es weitergehen. Das Ganze ist jetzt hier am Anfang quasi ein Tutorial. Und Shepard kann nach drei Spielen endlich springen. Und der Leiter hoch. Also, lange gucken! Das sinds! Das sinds! Das sinds! Das seid ihr wirklich? Das ist ein bisschen Siege. Das sinds! Das sindssam. Das sinds! Das ist nicht so viele Hände. Das sinds. Das sinds. Ich werde es überstehen. Don't let him grab you! Gotta find a way out of here! Watch it! Hm, through this way! Juli fragt, sind das Reaper? Quasi. Es sind von den Reaper modifizierte Menschen. Ich glaube, ja. Die, ähm... Diese kleinen Blauen sind keine Reaper, das sind irgendwelche... Everyone's dying! Zu kleinen Kindern bin ich auch nicht gemein. Komm her. Ich muss dich zu einem Ort sicher. Geh meine Hand. Du kannst mich nicht helfen. Shepard! In hier! Ach, das ist ein verdammt Mist! Every minute diese Maschinen sind hier, tausende Menschen sterben. Ich werde nicht responsiv. Du bist nicht responsiv für diejenigen, die sterben. Wir kämpfen für diejenigen, die zu stehen, wenn es alles ist. Ja. Vielleicht bist du richtig. Ich bin so schnell. Ich dachte, wir haben mehr Zeit. Wir wussten sie kommen. Und sie sind einfach nur durch unsere Gefängnis. Wir müssen nach dem Citadel gehen. Wir sprechen mit dem Council. Der Citadel? Der Kampf ist hier. Es wird überall genug. Du sagst es selbst. Die Reapers werden alles verletzt. Wir müssen sie nicht verraten. Der Council muss uns helfen. Du bist sicher? Nein, aber du bist ein Council-Specter. Das muss man für etwas tun. Kascha! Danke. Ich habe dir eine. Mehr als eine. Grab die Ammo. Reload! Los geht's! Das ist ein. Mögen. Wir sind in der Luftwaffe. Wir sind in den Normandinen. Wir sind in den Normandinen. Wir sind in den Normandinen. Oh Gott! Das wird die Dreadnacht des Dreadnacht ist. Invasiviertes. Normandies, wir werden Re-Route wiederholen. Sie verstehen? Normandies, kommen Sie in. Freundlich. Sie sind alles gut? Gehen Sie, Sie sehen Sie. Gehen Sie an. 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 Was ist hier passiert? Wir haben den Schiff getrennt. Wir haben es kaum gemacht. Keine Unlimited Demo, wir haben hier im ersten Teil. Das ist... Unglücklich. Gefühlt man sich dran. Sicher. Ich versuche einfach mal nicht zu viel zu rennen, in der Hoffnung, dass durch weniger Kamera bewegt... In der Hoffnung, dass durch weniger Kamera bewegt... Was ist das? 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 Oh mein Gott. Geräusche. Halt mich. Ich habe hier gefunden. Ich habe ein Radio gefunden. Normandy, das ist Anderson. Du lernst? Admiral, was ist dein Ort? Ich habe ein Wälder-Gunschiff in der Harbour. Ich aktiviere das Beacon Distress. Send Support. Wir haben hier wounded. Lieutenant! Dammit! Ich habe das Signal verloren. Ich hoffe, das Beacon zu tun. Das ist die Arbeit. Und schnell, wir haben Unternehmen. Oh, crap. Also nichts von wegen Taktik. Also nichts von wegen Taktik. Ich habe den Kopf noch nie gesehen. Ich hoffe, ich habe da auch noch nie gesehen. Das ist der Nied zwischen Taktik. Es ist der Niedsprung. Ich habe die Hände verloren. Sie kommen ganz pünktlich mit dem letzten Schuss. Sie kommen! Welcome back, Shepard. Thanks. Shepard! Come on! I'm not going. You saw those men back there. There's a million more like them, and they need a leader. We're in this fight together. It's a fight we can't win. Not without help. We need every species and all their ships to even have a chance at defeating the Reapers. Talk to the Council. Convince them to help us. What if they won't listen? Then make them listen. Now go. That's an order. I don't take orders from you anymore, remember? Consider yourself reinstated. Commander. You know what you have to do. I'll be back for you, and I'll bring every fleet I can. Good luck. You too, Shepard. I'll be back for you. I'll be back for you. This one is the Reaper. The big machines. I'll be back for you. I'll be back for you. Oh, I got to get them out of the air. I'll be back for you today. I'll be back for you now. And I'm back for you. Ah, ah, sorry. Das ist der Überrest von der Abwehrflotte. Autsch, das fängt ja gut an. Okay, auf in die Schlacht. What's going on? Anderson wants us to go to the Citadel, get help for the fight. Bullshit, you wouldn't order us to leave. Shut up, fuck you. You can see what's going on. Without help, this war's already over. Then you can drop me off at the nearest depot, because I'm stuck, lieutenant. You don't want to go. We get it, but this isn't a democracy. We're going to the Citadel. You want out? You can catch a ride back from there. Commander. Joker? That you? Alive and kicking. Got an emergency transmission from Admiral Hackett for you. Pack it through. Shepard. Sane, heavy losses. The whole force was overwhelming. There's no way we can defeat them conventionally. Anderson's already ordered me to the Citadel to talk to the Council. First, I need you to... Reminds how I'll post on Mars. ...while we lose control of the system. Yes, sir. I've been researching the Frothian archives with... Dr. Tassoni. We haven't found a way to stop the Reapers. The only way to stop them. The only way to stop the Reapers. Contact soon. Hack it out. Joker, set a course for the Mars archives. Mars. Roger that. This is local. Why Mars? What does he think we'll find there? I don't know. Yet. But... But if it helps us win this war... Grab your gear. The game is more cutscene than action, if you play it in the story mode. That's probably the viewers now already know. Ja, wenn, beklagt sich, beklagt sich. Wer? Ja? Die Boop-Plate ist bei Ashley besonders sichtbar. Zum Glück gibt es später auch etwas geschlechtsneutralere Rüstungen. Und es ist mal wieder Zeit zu leveln, vor allem die Mitkämpfer jetzt. Ah ja, dann kann ich Juli erklären, was diese Kannibalen-Dinger sind. Im Endeffekt haben die Reaper halt... Die Reaper sind halt diese lebendigen Schiffe. Und sie haben im Endeffekt Bodentruppen, in denen sie sich andere Rassen versklaven oder aus denen irgendwelche mutierten Besen machen, unter anderem. Und auch diese Kannibalen. Die sind besonders fies im Kampf dann. Weil die sich halt gegenseitig auffressen, wenn du einen getötet hast. Und dadurch die anderen stärker werden. Er muss so relativ schnell sein. Die haben jetzt auch so viele Points zu verteilen, weil du wieder von... Genau, die Level... Die Karas importiert hast, richtig? Genau, die Leveln mit Mimit. Die sind jetzt hier auch, sieht man hier oben, auf Level 36. ah. Ah... Und zwischendurch mal streichern, wer weiß, wie lange das Spiel hält. Ja, trössst du den Weg. Vielleicht, oder? Wir finden natürlich auch immer mal Waffen. Man kann sie hier einstellen, also kannst fünf verschiedene Waffentypen mitnehmen. Entweder eine Sniper Rifle, Assault Rifles, Sub-Machine Guns, Shotguns und Heavy Pistols. Aber ich bleib jetzt erst mal bei dem, was wir hier haben. Wobei ich könnte die Shotgun wechseln. I like Shotguns. Ich auch. Sie sind zu schützen. Okay. Okay. Ich weiß, wir sind jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Oh, mein Gott. 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 Oh, so ein Blink wie in Dishonored. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Doesn't look like they came here in force. Ja, just a few vehicles. Kinda suggests they had help. From the inside. Seems likely. You'd need a lot more men and firepower to take this place otherwise. I need a straight answer, Shepard. About what? Do you know anything about this? What is Cerberus doing here? What makes you think I know what they're up to? You worked for them. How am I supposed to believe you've cut all ties? I used them to take down the Collectors. That's it. They rebuilt you from scratch. They gave your ship. Resources. Let me be clear. I've had no contact with Cerberus since I disabled the Collector base. And I have no idea why they're here now or what they want. Commander Shepard's been under constant surveillance since coming back to Earth. No way they've communicated since. Sorry, Shepard. I just... You wanna hate Cerberus? Fine. But I'm done explaining myself to you. Are we clear? Of course. Yes. I didn't mean to. Sind das etwa hohe Absätze angewürst? Habe ich jetzt noch nie drauf geachtet. Muss man die eigentlich immer retten oder was? Mittlerweile schafft sie das alleine. Okay, badass Ja, ich mag diesen Mutternen Ja, ich weiß, was passiert Ja, ich weiß Halleluja, ein paar Antworten, endlich Vielleicht. Ich habe die Pläne für ein Prothean-Divis, ein, der kann die Reapers wegschrauben. Hier? Auf Mars? In den Prothean-Archiven, ja. Wir wissen über die Archiven für Jahre. Warum jetzt? Prozess von Elimination, mixed mit ein bisschen Desperation. When you destroyed the Alpha Relay, you bought us some time, but then you were under investigation. I knew I had to do something. Hackett knew it, too. He contacted me, asking if I would use my resources as a Shadow Broker to find a way to stop the Reapers. My search led me here. Hackett got me access to the Archives and kept me updated on your status. I meant to come see you, but... I think your work here is a bit more important. True enough. In any case, my work paid off. The Archives are full of data, an overwhelming amount. I think I found what we need. Sounds like this weapon might be our best chance to blow the Reapers to hell. It's not a weapon, not yet. It's plans for a device, a blueprint. It's more than we had a minute ago. How do we get it? The Archives are just across that tramway. Assuming Cerberus hasn't locked it down. What are they after? Yeah, they seem hell-bent on catching you. They want what I'm here for. What we're all here for. But why? The Protheans came close to defeating the Reapers. They had plans to destroy them, but ran out of time. And anything powerful enough to destroy the Reapers just might be something Cerberus would be interested in. So it's a race to the Archives. We got company. Bring it on. Not this time, James. What? Get back to the shuttle. If Cerberus beats us to the Archives, I need you covering the exits. But... Now, Lieutenant. I've been on it. They're getting closer. We should take cover. Looks like they found us. Not a problem for someone with Biotics. Let's go. Take it back. You can't die forever. That's all of it. Good. Let's find a way up. Und das obligatorische, neues Gruppenmitglied. Hier klickt man sich dumm und dusselig bei. Das ist sowas von konsolig. Man kann dreimal draufklicken, aber das reagiert noch nicht. Das Power-Menü war im ersten und zweiten Teil wesentlich übersichtlicher. Super. Wir lieben doch Konsolen-Interface. Oh ja, Konsole. Super. Immer klasse. Das Problem ist, auf der Konsole kann ich... Mir ist übrigens deine Shepard ein bisschen zu schön. Zu schön. Ich habe extra kein Make-up und so benutzt. Wo ist dieser blöde Switch? Irgendwo ist hier ein... Knopf. Den suche ich jedes Mal. Als das... Als ich mir das einmal merke... Ich hake? Ich hake gerade ein bisschen mit der Übertragung. Als nächstes mal da war, ist Chaos. Ich habe nicht erst mal gedacht, dass es Cerberus war. Können Sie arbeiten mit den Reapers? Wird nicht so gut, aber ich glaube, dass alles gar nicht möglich ist. Zack? Schepard, schaufe. Schwer, schaufe für die Rechte. Wir haben die Angle-Squad. Wir haben die Anfragen. Die Anfragen werden unschuld. J-Juli fragt, nach welchen Kriterien steigerst du deine Charaktere? J-Juli fragt, nach welchen Kriterien steigerst du deine Charaktere? J-Juli fragt, nach welchen Kriterien steigerst du deine Charaktere? J-Juli fragt mich. meisten Wumsch und hat macht mir mittlerweile am meisten Spaß zu spielen. Mehr Wumsch ist immer gut. Wanda, ich habe gerade von deinem Text wahrscheinlich nur deine Beschreibung Wenn da eine länge Rede davor war, dann ist sie runtergegangen. Ich versuche es gleich nochmal. Wura, hörst du mich noch? Irgendjemand noch? Ja, jetzt eben diesen Satz habe ich gehört. Und dann... Okay, das ist ja strange. Das ganze Tram geht nach den Archives. Wenn Cerberus sauber, sief auf der finalen Situation. Wahrscheinlich. Drei. Nimm nun. Wura, ein Knie. Was ist eine Gefahr corporation? Ja, darüber. Ich habe das Kontakt mit dem Normand. Ich habe das nicht erlebt, James. Ich habe es nicht gehört, Wande. Wunderschöne. Ich Momo. Ich habe da den Kauf. Wunderschöner, ich habe eine Krise. Ich habe da ein Bekämpfer. Irgendwas ist hier hinkig mit dem Ton. Ich höre nur noch das Spiel. Ich habe jetzt auch extra nichts gesagt, weil die am sprechen waren. Also daran können wir fliegen. Also, also, sorry, my bad. We need to pressurize the room first. There we go. We have access to the labs. They'll take us right to the tram station. Hey, looks like there's a recording of what happened here. Security Station, come in. We're seeing some odd activity down here. Our security protocols just kicked in. Everything's locked down. Doctor, I'll get you a report as soon as... Guess we know how Cerberus got in. I should have realized it when I met her. I was just so focused on finding a way to stop the Reapers. You did what needed to be done. Right now, I need you to get us to the archives. Through the door. We're getting close. Nice. Let's move. Das hier ist noch ein wichtig, netter Teil des Spiels. Und an jeder Waffenbank, hauptsächlich auf dem eigenen Schiff, aber manchmal stehen die halt auch während der Mission irgendwo rum, kann man seine Waffen modden, indem man diverse Upgrades sammelt im Laufe des Spiels. Mache ich jetzt hier aber noch nicht, weil ich für diese Waffen jetzt noch gar keine habe. Das hier ist noch gar nicht, Das war's. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. What's that smell? Ow. They just activated the decontamination protocols with the staff still inside. Das ist wo sie studieren, die verschiedenen Relen auf der Erde haben. Was haben sie gefunden? Mehr als ich beschrieben habe in eine kurze Gespräche. Und sie haben nur die Farbe. Da sind sie mit Prothean-Data-Drohs, die nie wurden studiert. Das ist die Tram-Line. Das führt uns zu den Archives. Keine Ahnung, Cerberus hat es in Ordnung. Hopefully we can override it at the security station. It's just through here. Look out! No kidding! Is that the only way in? It's the only way I know of. We'll skirt around it. Stay out of its sights. I'll move up first. Don't let it target you! Don't let it target you! Don't let it target you! Yes, Captain Morpheus! Na ja, man muss das eventuell dem ganz neuen Shepard sagen. Das ist ein Fass! Das war's für ein Fass! Oh, mein Gott, ich habe eine Frage! Das war's für ein Fass! Das war's für ein Fass! Das war's für ein Fass! Ich benutze die Cover-Funktion einfach viel zu selten. Ich bin mit Cover immer etwas überfordert. Ich bin auch meistens erst dran, wenn ich die Fosse wollen.